Grüß Sie, wie Sie da waren, hallo, guten Tag. Da gibt es ja Hildebrand, unsere Bahnhöfe sollen zumachen. Was halten Sie denn für die Pläne? Warum ist denn dieser Bahnhof so wichtig? Weil wir nach vorne schauen und für die Zukunft ist diese Anbindung nach Berlin einfach entscheidend, ausabgehend, dass wir vielleicht auch für unsere Kinder, die wir im Abend haben, die sich hier zu halten. Ich bin ja nicht nur in die Schule, sondern ich bin ja so lange alle frei. Ich würde es noch mal machen. Wollen wir noch mal aussteigen? Verlob!